Musik Mein Name ist Zyta Marsonor, ich bin Apothekerin und Leiterin der Apotheke Zur Maria Hilf in Lane. Vordrängeln gibt es bei mir jetzt nicht mehr, weil ich immer einen Beruf wählen wollte, wo ich den Menschen helfen kann. Musik Ja, ich habe ein großes Labor, einen eigenen Raum für Anfertigungen im Labor. Da mache ich von Cremen bis Kapseln, Tropfen, Sirupen und das ist ein ganz wichtiger Bereich des Apothekers oder Apothekerin. Das haben wir auch gelernt im Studium und das gefällt mir besonders gut. Musik Es ist selber schuld. Musik Der schönste Teil meiner Arbeit ist der, wenn ich jemandem helfen konnte. Musik Ich selber ist ja eigentlich auch jeden Tag einen Apfel. Musik 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 Musik